Moin Moin und herzlich willkommen zu Was ist nicht der Weisheit letzter Schluss? Ganz einfach, das hier ist eine Community-Videoserie, die nicht der Weisheit letzter Schluss heißt, wo ich Projekte vorstelle, mit denen ich mich sowohl beruflich als auch privat auseinandersetze. Das sind Projekte aus dem Linux- und Open-Source-Bereich. Das können verschiedene Distributionen sein, das können aber auch abgefahrene Sachen sein, sowas wie PC-Geos oder Raspberry Pi-Projekte oder ich habe Videos gemacht zum Administrieren von Mail-Servern zum Thema ReIPA M23, wo ich der Hauptentwickler bin, wie man Peertube umzieht, wie man das Thema absichert mit SSH-Guard, Free-Radios, RAID, Paketmanagement. Dann habe ich auch was im Bereich Entwicklung gemacht. Es gab eine Sondersendung zu Weihnachten, wo ich Pakete gepackt habe. Dann zum Thema Skriptprogrammierung habe ich eine ganze Menge gemacht. Dann verschiedene Sachen, die ich einfach mal ausprobieren wollte und wo ich euch so auf eine Reise mitnehme. Was taugt zum Beispiel der Raspberry Pi als Virtualisierungsplattform? Wie kriegt man Software kompiliert? Klappt das überhaupt? Kriegt man sinnvoll RISC-V, eine alternative CPU-Architektur, emuliert? Dann habe ich ein paar kleinere Hardware-Projekte gemacht, zum Beispiel PIKVM, Raspberry Pi Pico. Der kommt demnächst als Video noch oder vielleicht ist er schon da, wenn ihr das hier seht. Und ich habe Mikrofone getestet. Dann habe ich viel Kleinkram noch gemacht. Ich habe Audiodateien auf der Kommandozeile bearbeitet und ich habe mir mal verschiedene Open-Source-Lizenzen angeguckt. Das und vieles, vieles mehr wird auf diesem Kanal kommen. Wahrscheinlich jede Woche gibt es ein neues Video, vielleicht mal ein bisschen mehr. Und das Ganze könnt ihr sowohl auf YouTube sehen oder, falls ihr YouTube nicht mögt, gibt es auch auf Peertube bzw. Technics einen identischen Kanal. Dann noch kurz über mich. M23 habe ich schon angesprochen. Ich bin halt der Hauptentwickler von dem Software-Verteilungssystem. Ich organisiere die Kilo Open-Source-Linux-Tage, bin Dienstleister für M23, Linux-freie Software. Ich mache Softwareentwicklung. Ich administriere, mache Online-Schulung, Support-Beratung. Quasi das Ganze, was irgendwie mit Linux und Open-Source zu tun hat. Wenn ihr irgendwie Fragen zu mir habt, zu meinen Dienstleistungen, könnt ihr einfach das Kontaktformular benutzen. Ansonsten viel Spaß auf diesem Kanal und abonnieren, Glocke drücken. Ja, man sieht sich. Ja, man sieht sich. Ja, man sieht sich. Ja, man sieht sich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017